Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest. Und kämpften Generation um Generation. Ja! NOOOOOOO! Bis zu dem Tag, da es Feuer regnete und ein neuer Feind über uns kam. Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung. Denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen.